Wegfall der Entlastungen bei Steuerklassen Was bringen die neuen Regeln? Erste Abschaffung der Steuerklassen IV und V Die bisherigen Steuerklassen IV und V werden abgeschafft und durch eine neue Steuerklasse ersetzt. Dadurch soll eine Vereinfachung des Steuersystems erreicht werden. Zweite Entlastungen bei der Einkommensteuer Durch die Abschaffung der Steuerklassen IV und V sowie weitere Änderungen im Steuersystem sollen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler insgesamt entlastet werden. Dies kann dazu führen, dass weniger Einkommensteuer gezahlt werden muss. Dritte Anpassung von Freibeträgen und Steuersätzen Im Zuge des zweiten Jahressteuergesetzes werden auch Freibeträge und Steuersätze angepasst. Dadurch können sich Änderungen bei der Steuerberechnung ergeben. Vierte Vereinfachung des Steuersystems Durch die Abschaffung von Steuerklassen und weitere Maßnahmen wird das Steuersystem insgesamt vereinfacht. Dies soll dazu beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger besser durchblicken und weniger bürokratischen Aufwand haben. Insgesamt sollen die neuen Regelungen im zweiten Jahressteuergesetz zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger führen und das Steuersystem transparenter und einfacher gestalten. Mehr Informationen für die Bord dich als eine Entlastung des Steuers Architects machen wir. Viel Dank. Untertitelung des ZDF, 2020